So Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen beim dritten SEO-Driven Roundtable, diesmal nur mit einem Gast, aber einem ganz besonderen und zwar der Nedim Sabic, ein alter Facebook-SEO-Kumpel von mir. Nedim, erzähl doch mal, was machst du gerade? Wie immer vieles. Ich habe mir vorgenommen, die Anzahl der Projekte, an denen ich arbeite, zu kürzen. Habe ich im August geschafft, aber die Liste ist weiterhin sehr, sehr lange. Aber das, was es Neues gibt, ist eigentlich ein Startup, das auch einiges mit SEO zu tun hat, aber es ist noch nicht die Zeit gekommen, darüber zu sprechen. Und das andere ist, ich werde mich konzentrieren, auch das Wissen ein bisschen mehr an Wissensbegierende zu übertragen, in Form von Offline-Seminaren. Und das bereite ich gerade vor und habe da einiges vor, diesbezüglich zu machen. Und sozusagen im Kerngeschäft bin ich weiterhin als Senior Online-Marketing-Berater tätig und habe da halt ein paar Konzerne, ein paar Großunternehmen und ein paar kleinere Projekte, die ich gerne berate und unterstütze. Ja, das ist so der wilde Mix wie immer. Aber halt runtergetrimmt auf mich selber, habe keine Unternehmen mehr, habe keine Mitarbeiter mehr, schon seit zwei Jahren. Und jetzt, glaube ich, habe ich genug mich ausgeruht und es ist Zeit, mal was Neues auf die Beine zu stellen und das wird dieses Startup dann sein. Aber wie gesagt, wenn es fertig ist, rede ich darüber, das hat mich das Leben gelernt, weil manche Projekte scheitern in den letzten Metern und ich weiß nicht, ob es hier genau der Fall sein wird, aber ich hoffe nicht. Es sieht alles super aus, deshalb beim nächsten Mal reden wir vielleicht konkreter darüber und jetzt sind wir ja da für andere Themen, oder? Genau, du bist ja auch ein gefragter Speaker, sage ich mal, auf der einen oder anderen Konferenz, sehr hochgelobte Vorträge gehalten. Das vielleicht noch ergänzt zu deiner Selbstbeschreibung. Ja, falls ihr mich nicht kennt, ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich mache hier diesen wunderschönen YouTube-Channel SEO-Driven. Da gibt es noch ein paar andere Themen und SEO-Tipps von mir, aber auch andere Roundtables zum Beispiel mit Malte Landwehr oder mit dem Konstantin Rehberg und so weiter und so fort. Heute wollen wir nochmal das Thema Core-Updates auf das Tableau bringen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, also nicht wir beide, sondern an einem anderen SEO-Driven Roundtable. Da ging es um die ersten Core-Updates in diesem Jahr. Jetzt haben wir das Google-Core-Update September 2019, was kürzlich ausgerollt wurde. Und es gibt natürlich jetzt wieder den Versuch aller Beteiligten zu verstehen, zu analysieren, herauszufinden, was hat Google da jetzt gemacht? Wen betrifft es, wen betrifft es nicht? Wie hast du denn die Core-Updates und jetzt vielleicht das letzte Core-Update irgendwie gemerkt, begleitet, für dich bewertet? Ja, vorhin haben wir ja kurz darüber gesprochen, was wir für Themen heute angehen. Und ganz ehrlich gesagt, muss ich nochmal nachlesen, was konkret auf was sich das bezieht. Weil seit schon mindestens zwei Jahren verfolge ich das nicht im Detail, weil ich denke, wenn man nachhaltiges und gutes SEO macht, dass man sich darüber keine Sorgen machen soll. Und dass man hier statistisch gesehen, also wenn man sich jetzt wirklich in der Tiefe mit statistischer Relevanz beschäftigt und sich dann die präsentierten Berichte anguckt, dann kann man ganz klar sehen, dass es eigentlich immer näher dran ist, wie Tappen im Dunkeln. Es ist recht schwierig, darauf zu kommen, was wurde denn da konkret geändert. Besonders, wenn man die Annahme hat, dass es nur ein Ding verändert wurde oder eine Nische angegriffen wurde. Wir wissen ja und auch von Google-Seite zugegeben, dass das Core-Update möglicherweise mehrere Dinge beinhaltet. Und dass die Versuche zwar gut sind, Licht ins Dunkle zu bringen, aber sehr, sehr Schwieriges zu tun ist. Man muss ja auch wissen, zum Beispiel einer der guten Versuche, die wir hier sehen, ist ja von Johannes von Systrix. Die Mühe muss man ja schätzen, der hat es ja so aufbereitet, hat ja auch sehr viel recherchiert, hat ein paar Queries durch seine Datenbank laufen lassen. Aber wenn wir mal gucken, bei den Gewinnern und Verlierern sind das alles Webseiten, die einen Sichtbarkeitsindex größer als 1 haben, aber ich denke auch größer als 5. Das heißt, diese Schlussfolgerungen beziehen sich eigentlich nur auf die großen Webseiten und die Veränderungen sind bei den großen Webseiten sichtbar. Es kann aber sein, dass Millionen oder sogar Milliarden von ganz kleinen Webseiten betroffen sind, die eine große Sichtbarkeitsveränderung gemacht haben, aber hier nicht wiedergespiegelt werden. Das heißt, sie werden komplett, sage ich mal, ignoriert, aber nicht, weil man das Vorhaben nicht unterstützen wollte oder Johannes es nicht machen würde, sondern weil so eine Abfrage einfach sehr kostspielig ist und tagelang brauchen würde, um da irgendwelche Kennzahlen zu bekommen. Deswegen nimmt man die großen Seiten und guckt sich dann an, gibt es denn eine Nische, von der denn eine Gruppe von Seiten betroffen ist. Und da kann man dieses oder jenes annehmen, man kann niemals sicher sein, aber ich denke, Google hat zumindest im Core-Update nicht die Zeit, sich mit Nischen zu beschäftigen, sondern sie haben auch Nischen-Updates, davon bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch nischenabhängige Algorithmusänderungen gibt. Das ist ganz klar ersichtlich, dass es das gibt, wo eine oder andere Faktoren dann weniger oder wichtiger eingestuft werden. Aber beim Core-Update, wenn sie sagen, es geht dann um alles, dann wird es sehr schwierig sein, eine Nische herauszukristallisieren. Es kann sein, dass etwas verändert wurde, das dann ziemlich bei einer Nische so ankommt, aber das ist eigentlich purer Zufall, beziehungsweise statistisch ist auch keine meiner Aussagen und keine Aussagen von all den Berichten, die ich gelesen habe, statistisch so rechtszustellen, richtigzustellen und man kann es nicht sagen, es ist richtig. Also die Aussage, richtig oder falsch, ist oder ist nicht so, kann in dem Kontext gar nicht fallen, wer zumindest sich ein paar Stunden mal mit statistischer Relevanz auseinandergesetzt hat. Das sind einfach nur Annahmen, die eine Hilfe, eine Unterstützung sein könnten, eine Orientierung zu finden. Und ich finde, die Zeit, die man investiert in sowas, wäre besser angewandt, wenn man wirklich über Nachhaltigkeit nachdenkt. Dann muss man sich, wie gesagt, eigentlich um diese ganzen Updates gar nicht kümmern, weil, wie wir sehen, auch in den letzten paar Updates gibt es einige Nischen oder einige Webseiten, die immer hoch und runter gehen. Beim einen Update haben sie eine Verbesserung, beim nächsten Mal eine Verschlechterung. Man sieht, wenn man eins sieht, dass Google hier Try and Error versucht und selber guckt, ob die Änderungen dann auch bessere Resultate beziehungsweise den Nutzer zufriedener stellen als zuvor. Und wie man sieht, ist das oft nicht der Fall. Deswegen sollte man sich nicht jetzt ärgern, wenn man bei einem Core-Update mal negativ bestraft wird. Vielleicht hat auch Google da den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber wenn man nachhaltig SEO betreibt, beziehungsweise das komplette Online-Marketing-Konzept und die Strategie so auflegt, dann muss man sich darüber nicht kümmern. Und man muss auch nicht vor dem Computer dann sitzen und zittern und sich über die Zahlen Gedanken machen, weil letztendlich das immer und immer besser wird. Wenn wir jetzt gucken, wie Google vor 15 Jahren war und wie sie heute sind, ist es viel, viel besser, dass sie perfekt sind. Um Gottes Willen, sie machen sehr, sehr schlimme Fehler. Sie sind in besonders ein paar Dingen sehr, sehr schlecht weiterhin. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht besser werden, beziehungsweise wir sehen, sie versuchen es. Und es ist auch schwierig zu kommunizieren mit so einer, sage ich mal, SEO-Szene, die es auf dieser Welt gibt. Weil das Verständnis von einer Aussage, abhängig vom Erfahrungslevel, wird dann anders verstanden und dann anders implementiert. Und ich denke auch, später reden wir darüber, werden auch ein paar Empfehlungen dann von Google ausgesprochen, um diese mentale Steuerung, sage ich mal, also psychologisch auf die Webmaster und die SEOs zu wirken, damit die Sachen implementieren, die Google das Leben leichter machen. Das ist so die Kurzfassung. Ich denke, das ist keine Philosophie. Ein Algorithmus ist immer Mathematik. Und wie gesagt, wenn man versucht, eine Gegendarstellung zu machen, dann benötigt man die Power, die Google hat. Die hat man nicht, deswegen würde es zu viel kosten. Dann stellt man sich diese Sinnfrage, brauche ich überhaupt irgendeine klare Aussage bezüglich des Core-Updates oder kann ich mich eigentlich auf Nachhaltigkeit verlassen? Ist mein Unternehmen, unsere Vision nachhaltig und modern genug, um die Zukunft zu überleben? Und ich denke, die Zeit ist besser investiert, dass man über Nachhaltigkeit nachdenkt, als über konkrete, spezifische Dinge von einem Core-Update. Wir haben ja auch hier gesehen, letztendlich der Johannes hat nochmal auf Facebook nachgelegt, dass es da auch gar nicht sozusagen immer den gleichen Impact gibt, sondern manchmal ist es wirklich so ein Treppeneffekt und dann bleibt man auf dem Level. Manchmal scheint Google hier auch noch nachcrawlen zu müssen und dann kommt das so mit der Zeit, die Veränderung. Der Johannes hatte ja hier so ein bisschen so einen Schwerpunkt im Travel-Bereich gesehen. Aber ich glaube, dass auch diese Analysen, egal von wem sie jetzt sind, kommen halt so ein bisschen aus diesem alten SEO-Paradigma und dem alten Google-Update-Paradigma. Dass es halt diese Updates gab, die jetzt einen spezifischen Faktor oder eine spezifische Website-Gruppe betraf und man dann eben früher relativ eindeutig sagen konnte, okay, jetzt waren es Backlinks, jetzt waren es irgendwie Payday-Loan-Seiten, jetzt war es dies, jetzt war es das. Aber eben seit längerer Zeit ist das ja eigentlich, es hat irgendwie angefangen mit diesen ganzen Phantom-Updates, wo schon alle nicht mehr genau wussten und Google hat ja auch kein wirkliches Interesse daran, dass wir das jetzt verstehen, was sie da machen. Und naja, wie du schon gesagt hast, sind auch alles Algorithmen. Das heißt, selbst die Leute bei Google wissen ja im Zweifel gar nicht, was das Ergebnis sein wird. Und das merkt man ja auch, wie du gesagt hast, mit Try and Error, dass manche Dinge auch wieder quasi gefühlt zurückgerollt werden, und die Ergebnisse wieder zurückgesetzt werden. Was natürlich für uns jetzt als Agentur oder Berater mit Kunden dann durchaus auch mal frustrierend sein kann, weil man natürlich mit dem Kunden auf eine Sache hinarbeitet, dann wird man von einem Update irgendwie negativ getroffen, dann ist man erstmal in so einer Durststrecke, die Kunden sagen, ah, ist das jetzt die richtige Strategie und man muss immer quasi weiter Überzeugungsleistung gegen die Ergebnisse liefern. Und dann ein paar Monate später geht es dann wieder bergauf und alle sind happy. Also das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Frustrierende für die SEO-Szene. Ja, aber in dem Fall würde ich mal sagen, das wäre nur schlimm, wenn es ein Neukunde wäre und dann geht es gleich bergab. Aber bei einem alten Kunden oder einem langwierigen Kunden sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Man hat ja genug Zeit, um sein Know-how zu beweis zu stellen. Das Vertrauen ist das Wichtigste bei einer Kundenbeziehung, dass es besteht, dass diese Beziehung da ist, dass man aneinander vertraut und wenn man auch einen Fehler gemacht hat, dann vertraut man, dass man den auch dann wieder ausbügelt. Ein Core-Update, wie gesagt, derzeit muss man halt ein bisschen Selbstüberzeugungsarbeit machen. Früher war es ja nur Überzeugungsarbeit, jetzt ist es Selbstüberzeugung, weil man muss ja von sich selber erstmal prüfen, sich selber fragen, machen wir denn alles richtig und nachhaltig oder sind wir jetzt schon mit dieser SEO-Brille zu tief drin und machen Sachen eigentlich, weil wir denken oder weil jemand gesagt hat, dass das gemacht werden sollte. Das ist schwierig und ich denke, bei Kunden werden das verstehen, wenn die jahrelang oder monatelang nur positive Ergebnisse haben und dann kommt irgendwas Schlechtes. Ich glaube, das wird kein Problem sein, zu kommunizieren. Hey, die ganze Welt draußen weiß noch nicht, was das ist. Wir auch nicht. Einfach zugeben, wie es aussieht. Wir werden das analysieren, gucken, werden Maßnahmen vorschlagen, aber so grob vom Konzept stehen wir dahinter. Das, was wir machen, ist nachhaltig. Und da, glaube ich, scheidet sich der Weg zwischen guten und den sehr guten SEO-Agenturen, weil die sehr guten natürlich Nachhaltigkeit im Vordergrund haben und dann auch gucken, dass das wirklich bleibt. Was auch im Endeffekt, haben wir ja vor der Show kurz gesprochen, auch bedeutet, dass man nicht alle Kunden annehmen kann. Man sieht, dass die von der Geschäftsleitung oder von der Marketingabteilung einfach nicht die Sicht in der Welt, in der wir leben, vorhanden ist. Dass die richtige Sicht, eine Vogelperspektive oder ein Anschein einer Vogelperspektive, dann muss man halt solche Kunden ablehnen, weil man muss am Ende, rechtfertigt man sich und die Gegenseite versteht und will es nicht verstehen, sondern ist eher, sage ich mal, geldzentriert. Ist ja nicht schlimm, aber wenn man nur aufs Geld fokussiert ist und dann auch Vertrauen und solche Dinge keine Rolle spielen, sollte man eigentlich die Finger weglassen. Sind zwar ein bisschen weniger Umsatz als gedacht, aber weniger Kopfschmerzen, was dann wieder das ausbügelt, weil der Mehrumsatz, wenn man trotzdem wieder dem Dock zahlt, um die Kopfschmerzen wegzubekommen. Also es ist eigentlich ein Nullspiel, muss man halt nur ein bisschen wieder nachhaltig denken als Agentur. Schönes Schlusswort für den ersten Teil vielleicht zum Thema Google Core Updates. Im zweiten Teil werden wir mal über das Thema No Follow 2.0 sprechen. Also bleibt dran, abonniert den Kanal und dann seht ihr auch, wenn es weitergeht im zweiten Teil. Vielen Dank erstmal schon mal für die kurze Analyse des September Core Updates, Nedim.